«Boris verloren» war in Luises Träume. In Elsass zurückkehren, aber im Schongi war seine Albträume. Und Leo in Luises Sohn hat einfach gewollt. Miteinander erleben sie grosse Ereignisse. Zuerst wandeln und er lässt sich einleben. «Der Racing ist Champion.» Ich habe eine Plastik-Polie. Der Dexter legt seine Ladexhandschick an und nimmt ein Messer vom Assortiment, viel geschliffene Messer. Er botzt sein Opfer für ihn aufzuwägen. Er greift ein Ohr und schneidet es ab mit einer hochgenauigen Methode. Waren dass der Mund brüllt vor Schmerzen. Also? Ein großer Künstlerer, mit seiner Dexterheit. Er mit seinen Kuteus affütten. Er tranket ein Gigot mit einem bestimmten Gestern und methodischen Gestern. Presse. Es gibt Kuteus. Für den Rest, nein. Es ist eigentlich ein Episode der Dexter-Serie. Ich werde dir eine kleine USB-Cleis mit ein paar Episodes, Louise. Louise, bonjour. Emilie, wenn Sie in meinem Büro sprechen, können Sie mit Mme Michaux sprechen. Sie können Sie in meinem Büro sprechen. Sie können Sie in meinem Büro sprechen. Ich möchte sprechen. Ich möchte sprechen. Er, wenn Sie ein Bucheskonferen. Sie können Sie ein Bucheskonferen, Sie haben ihn verstanden, oder? Ja, aber ich habe ihn. Aber ich habe ihn auch. Ich habe ihn verstanden. Die Pflicht für die Globalen, ich habe sie seitens. Das ist ein Gesetz politisches. Ich mache das für meine Gemeinschaft. Für die Vieh und die Alsaciens. Und die Vieux Alsaciens in Côte-Fruclemie. Aber nicht in das Etat, Emilie. Essayez de priver die P'tits Vieux von der Série Alsaciens der Doctor House oder Breaking Bad, und ihr habt eine Horde von Youpala in der Rue. Die Plume des Sous-Titrages in Alsacien, ist ich. 2471 Téléchargements, nicht die letzte Woche. Aber das ist das, das könnte mir helfen, oder? Ich mache eine zweite Kleine mit Modern Family Louise. Ok. Hey, Jean. Tu sais combien de messages peut contenir notre boîte vocale ? 33. Super. Tu fais le tri dans les modes d'emploi ? Et tous du même mec. Oh putain. Rémi ? Mais je te rassure, ça ne se reproduira plus. Merci. Je lui ai donné ton numéro perso. Quoi ? Non. Et Jeanne ? Mais... Mais... ... ... C'est... C'est qui ? Alfred ? C'est qui Alfred ? C'est qui Alfred ? Mon mari. Mais il n'est pas mort ? Si. Ben ça peut pas être lui alors ? Ben non, ça peut pas être lui. On n'est pas dans les revenants. Oui. Bon. Et ça dit quoi ? Ben alors là... C'est plutôt Hank qu'Alfred. Qui ça ? Hank Moody. Le personnage de Californication. Je connais pas. Attendez. J'ai peut-être une clé avec moi. Non. Je n'ai que la saison 3. La semaine prochaine ? Oui. Jean. Quoi encore ? Un pigeon voyageur ? Un message dans le ciel ? Un sémaphore ? Des signaux de fumée ? Qu'est-ce qu'il a trouvé ? Non, non. C'est ça. Il n'y a pas de nouvelles à ça. A demain. Bonsoir Jean. Et tu me jantes qu'on se réveille comme moi. Il s'assiche et j'pompiche.